Tag 651. Heute gibt es viele Neuigkeiten aus Avdivka. Hier finden die heftigsten Gefechte weiterhin an der Nordflanke statt. Nachdem die Ukrainer die Russen erfolgreich bis zu den Eisenbahnlinien zurückgedrängt hatten, begannen die russischen Streitkräfte mit der Vorbereitung eines neuen Angriffsplans. Heute berichteten ukrainische Kämpfer, dass die Russen ihre Taktik geändert haben und wieder vermehrt Panzer und gepanzerte Kampffahrzeuge einsetzen. Dies ist eine wichtige Veränderung gegenüber dem, was wir zumindest im letzten Monat gesehen haben. Wie ihr euch erinnert, setzten die russischen Streitkräfte im nördlichen Teil der Region kein schweres Gerät mehr ein, weil die Straßen von allen Seiten unter ukrainischem Beschuss stehen und weil es dort Minenfelder gibt. Deshalb mussten sich die russischen Soldaten zu Fuß auf den Weg zur Kontaktlinie machen. Nachdem der letzte massive russische Infanterieangriff aufgrund von Streumunition und Maschinengewehren gescheitert war, beschlossen die russischen Befehlshaber, ihre Infanterie doch wieder mit Panzern zu unterstützen. Vor dem Hauptangriff führten die russischen Streitkräfte einen Aufklärungseinsatz mit einem einzelnen Panzer durch. Ziel war es, zu prüfen, ob der Panzer eine Chance hat, Steppowet zu erreichen und im Idealfall auch ukrainische Feuerstellungen zu zerstören, die zuvor identifiziert worden waren. Die ukrainischen Aufklärer entdeckten den russischen Panzer im Voraus und die Einheiten vor Ort machten sich bereit, ihn zu empfangen. Als Reaktion entsandten die Ukrainer ebenfalls einen Panzer. In dem Moment, als der russische Panzer seine Feuerstellung einnahm, eröffneten die Ukrainer das Feuer. Dabei wurde der russische Panzer beschädigt, sein Turm funktionierte nicht mehr, sodass die Russen schnell einen Rauchnebel legten und sich hinter die Schienen zurückzogen. Anscheinend waren die russischen Kommandeure mit dem Ergebnis zufrieden, denn am nächsten Morgen starteten die Russen einen mechanisierten Angriff. Ukrainische Soldaten berichteten, dass die Russen bei diesem Angriff zehn Panzer und gepanzerte Kampffahrzeuge sowie bis zu 100 Soldaten einsetzten. Zum Unglück für die Russen ließen sich die Ukrainer diesmal nicht durch einen anderen Angriff ablenken und trafen auf die russischen Angriffseinheiten direkt vor dem Banggleisen. Ein Kämpfer der Gruppe Horn berichtete, dass es den Russen nicht einmal gelang, die Stellungen der ukrainischen Infanterie zu erreichen, da die ersten vier Fahrzeuge mit Kamikaze-Drohnen zerstört wurden, woraufhin die anderen Fahrzeuge beschlossen zu fliehen. Und die Infanterie folgte ihnen. Dennoch zählten die Ukrainer 40 frische Leichen. Später am Tag meldeten die Ukrainer eine weitere Angriffswelle, diesmal mit reiner Infanterie, ohne jegliche Unterstützung durch gepanzerte Fahrzeuge, die vor Ort von einem Bradley mit Maschinengewehrfeuer empfangen wurden. Offenbar waren die russischen Befehlshaber unzufrieden damit, dass sich die Angriffseinheit vorzeitig zurückzog und beschlossen, die Soldaten zu bestrafen, indem sie sie zurückschickten, um die Arbeit zu beenden. Das hat nicht besonders gut funktioniert. In der Zwischenzeit versuchten die russischen Streitkräfte, die Kontrolle über die Stellungen nördlich der Chemiefabrik wieder zu erlangen. Wie ihr euch erinnert, wurde das Gebiet nach Angaben des ukrainischen Militärchefs von Avtivka und wie durch geolokalisiertes Bildmaterial bestätigt von ukrainischen Spezialeinheiten zurückerobert. Jüngste Kampfaufnahmen zeigen jedoch, dass eine neue Gruppe russischer Truppen eingetroffen ist, um diese Stellungen zu sichern. Zeitgleich führten die Ukrainer nach Angaben des Institute for the Study of War einen erfolgreichen Angriff von der Chemiefabrik entlang der Gleise aus und sicherten ihre Stellungen. Es scheint also, dass das Gebiet nach den vorangegangenen Zusammenstößen zu niemals Land wurde und beide Parteien versuchten, es zu erobern. Die Russen griffen von Norden her an und harren dort aus, während die Ukrainer von Süden her angriffen und dort ebenfalls ausharren. Die russischen Befehlshaber sind sich darüber im Klaren, dass die derzeitige Kontrolle nicht ausreicht, um den Angriff auf die Chemiefabrik fortzusetzen, weshalb die Kämpfe um diesen Stützpunkt voraussichtlich weitergehen werden. Um die russischen Offensivkapazitäten zu untergraben, führten die ukrainischen Streitkräfte einen Raketenangriff auf das wichtigste russische Logistikzentrum in der Region durch. Nachdem die Ukrainer die Verbindung nach Cholivka durch die Sprengung einer Brücke gekappt hatten, wurde Donetsk zum Hauptnachschubknoten, bei der Flanken. Anwohner berichteten, sie hätten eine Reihe starker Explosionen gehört, gefolgt von Sekundärdetonationen. Nach dem Ausmaß des Feuers zu urteilen, gelang es den Ukrainern, ein riesiges Munitionsdepot am Rande der Stadt aufzuspüren und zu zerstören. Es wird erwartet, dass die russischen Streitkräfte nach dem Angriff ihre Munitions- und Ausrüstungsvorräte rationieren und das Tempo ihrer Offensivoperationen verringern müssen, was den Ukrainern die Möglichkeit gibt, ihre taktische Position zu verbessern. Wenn ihr gegen die Invasion der Ukraine seid und unsere Arbeit unterstützen wollt, solltet ihr einen Blick in den Online-Shop UA Supporter werfen. Zu Weihnachten haben wir extra unsere beliebtesten Produkte um 20-30% reduziert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.